Als wir von Bulgarien nach Rumänien einreisen, sind wir positiv überrascht von den gut ausgebauten rumänischen Landstraßen. Wir fahren drei Tage lang durch die Walachai, eine überwiegend flache Landschaft zwischen der Donau und den Karbaden. Jemanden in die Walachai schicken, diese alte Redewendung bedeutet, dass man jemanden loswerden will und ihn gewissermaßen ans Ende der Welt schickt. Die Walachai ist aus mitteleuropäischer Sicht eine menschenleere Landschaft fernab jeglicher Zivilisation. Tatsächlich machen wir die Erfahrung, dass die Zivilisation noch nicht überall in der Walachai angekommen ist. Die Kreisstraße Nummer 503 ist auf einer Länge von 20 Kilometern noch eine teilweise schlimme Schotterpiste. Ist es möglich, dass wir da gehen? Ja, okay. Danke. Da kann ich nur auf jeden Fall Musik Unser erster Übernachtungsstandort in Rumänien ist der Hanul Kokosul, zu deutsch der Gasthof zum Horn. Der Gasthof liegt an einer Straßenkreuzung im Nirgendwo, ein großer Saal für Hochzeiten und andere Feste, dazu ein Restaurant und einige Gästezimmer. Musik 67 Kilometer ohne größere Steigungen, die Fahrradgarage praktischerweise in unseren Gästezimmern, ein leckeres Essen und ein kühles Bier. Ein perfekter Einstieg in den zweiten Teil unserer Raddorf. Musik Musik Ein Teil der Walachei gehörte zeitweise zum österreichisch-ungarischen Kaiserreich. Für einen Wiener Beamten war es damals die höchste Stufe der Demütigung, wenn er in die Walachei geschickt wurde. Wir finden aber das Radeln durch die Walachei sehr entspannt und gleichzeitig interessant. Musik 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 In jedem Dorf gibt es einen Dorfladen, vor dem sich die Männer gern treffen, um ein Bier zu trinken und ein Schwätzchen zu holen. Musik Musik Immer wieder begegnen uns auf den Straßen hochbeladene Pferdewagen. Das Geschäft mit Altmetallen und anderen Gegenständen, die bei uns zur Sperrmüllabfuhr kommen, scheint hier fest in der Hand der Volksgruppe der Roma zu sein, die mit ihren Pferdevorlagen von Dorf zu Dorf ziehen. Musik 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 Unsere nächste Übernachtung haben wir im Dorf Isoro gebucht. Wir haben keine Ahnung, was uns dort erwartet. Unser GPS liefert uns punktgenau an einem eingezäunten, großen Grundstück mit einem verfallenen Gebäude in der Mitte ab. Musik Wir nähern uns einem intakten, scheinbar bewohnten Gebäude auf dem Grundstück. Musik 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 Auf dem Grundstück des ehemaligen Schlosses lebt eine junge Familie. Alex und Maria haben sich im früheren Verwaltergebäude ihre Wohnung eingerichtet und mit einfachen Mitteln eine Gästewohnung ausgebaut. Musik Außerdem leben auf dem Grundstück noch 14 Pferde, drei Schweine, drei Hunde, eine Katze, ein Hahn, eine Henne, eine Ziege und unzählige Ratten, Mäuse und Krähe. Carter Musik Their Name ist Puyu 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 Sennt Ihrńsk channel haben sie? Ja. Was ist der Gneys name? Capri Capri Es ist wie ein Schilder von Capra, das bedeutet Gold Ah, ok Hallo Hallo, ich bin Maria Mein Name ist Alex Sie ist Anna Wir sind hier in Isboru Kailor Es ist ein Ort, das wir verabschieden wir und wir leben hier und wir lieben hier und wir lieben es, weil es nah an Natur und wir versuchen zu share das mit Leuten die hier kommen und wir hoffen, dass sie die Wilder-Nesse so in der Sommer wir haben Camps mit den Kindern und Artworkshops und in der Winter wir machen mit Tollen mit 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 mostly and wool working yeah wool and our kids love here love to be here to live here because they're all day long they're outside with animals and with the horses that's why the big place because we want to share this space also with horses not only with people and other the other animals but as she said says we are here because we want to feel free and just have the best moments in our life Alex hat früher auch schon einmal als Koch gearbeitet und fragt uns ob er Lust auf ein typisch rumänisches Essen hätten ein Angebot das wir natürlich nicht ablehnen können das Schweinefleisch mit Bohnen gekocht in einen großen Topf über dem offenen Feuer schmeckt sehr lecker es wurde ein sehr schöner Abend und wir haben viel über unsere Gastgeber erfahren ebenso wie Maria und Alex viel über ihre Gäste erfahren haben im Dorf fand am gleichen Abend auch eine typische Zigeuner Hochzeit statt inklusive Musikbeschallung für das ganze Dorf bis weit nach Mitternacht Am nächsten Morgen machen wir vor dem Frühstück einen Spaziergang über das ausgedehnte Schlossgelände 1945 wurden die Adeligen Eigentümer enteignet und vertrieben bei einem Brand des leeren Schlosses stürzte das Dach ein und wurde seitdem nicht wieder aufgebaut beim leckeren Frühstück mit dem uns Maria verwöhnt schaut eines der Pferde kurz nochmal vorbei und dann heißt es Abschied nehmen von diesem ganz besonderen Ort und unseren liebenswerten Gastgebern bei 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 ok bei bei Unsere nächste Tagessertappe nach Pidescht ist nur 50 Kilometer lang. Das ist auch gut so, weil ab Mittag Regen an die Minute ist. Größer können die Kontraste nicht sein, als zwischen unserem Pferdehof um die Schlossruine in Isvoru und der 170.000 Einwohner Industriestadt Pidescht. Pidescht ist gewissermaßen das Wolfsburg von Rumänien, weil hier seit den 1960er Jahren die Autos der Marke Dacia hergestellt werden. Die rumänische Autostadt hat ungefähr genauso viel städtebaulichen Charme wie die Autostadt in Niedersachsen. Im nächsten Video ist Schluss mit Radfahren im Flachland. Dann geht es ab in die Berge.